In welchem Land möchtest du mal leben? Hoffentlich in einem Land, in dem Politik und Lobbyisten nicht mehr gemeinsame Sache machen. Hoffentlich in einem Land, in dem gierigen Bankern und kriminellen Automanagern in den Arsch getreten wird. In einem Land, das sofort alle Verhandlungen mit der Türkei über die Aufnahme in den DFB abbricht. Hoffentlich in einem Land, in dem es Nacktpflicht für Frauen zwischen 18 und 25 gibt. Leider lebst du in einem Land, in dem deine Eltern das Kreuz immer an der falschen Stelle machen. Mach du es an der richtigen. Die Partei. Denn sie ist sehr gut.